Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der Donnerstag, 24. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 378 und ich habe euch heute die folgenden Themen mitgebracht. Apple Datenschutz, OneMap Alliance, Twitterlos, Gesichtserkennung, Acer, SmartLook und WhatsApp. Es ist nun soweit. Zwei, drei Tage, ein Tag vor der DSGVO in Kraftrettung. Ist nun auch möglich, bei Apple eure Daten runterzuladen. Wie bei Facebook, bei Instagram etc. kann man dies jetzt nun auch bei Apple einfach tun. Denn bis jetzt muss man über das Formular relativ mühsam mit Bestätigung von das Konto gehört mir etc. das Ganze angehen. Jetzt gibt es eine spezielle Seite, Privacy Apple Seite, wo man anklicken kann, was man für Daten drin haben möchte. Also App Store, Apple ID, Game Center Aktivitäten etc. Notizen. Und auch in welchen Größenstücken und in welchen Einheiten man das Ganze haben möchte. Zwischen 1 und 25 GB Slice kann man da wählen. Und dann geht es bis zu sieben Tage und dann kann man sein Apple Archiv runterladen. Wie ich diese Woche schon mal erwähnt habe, nicht erschrecken, da stehen nicht so viele Dinge drin wie bei Google und bei Facebook. Die wissen deutlich mehr über euch. Google bekommt Konkurrenz und das zum Glück zu Recht. Denn mit Google Maps hat Google da ein wirklich, wie sagt man, ein sehr mächtiges Werkzeug in den Fingern. Und hat das auch mit der Google I.O. oder schon vor der Google I.O. bekannt gegeben, es auszubauen in die Möglichkeit, mit das Ganze für Spielentwickler anzubieten etc. Natürlich geht es da Google nicht darum, dass sie schöne Spiele, die Grundlage bieten können, sondern dass sie natürlich auf noch mehr Daten von Nutzer zugreifen können, um ihre Karten noch genauer und besser zu machen. Und hier kommt es nämlich hier. Möchtet ihr euch noch erinnern? Früher Nokia, eine coole App, wo man offline, vor allem ganz cool offline navigieren konnte. Die hat ja eine Allianz aus verschiedenen deutschen Automobilherstellern übernommen. Und da unter anderem und noch mit anderen gibt es eben eine neue One Map Allianz, die sich zusammengesetzt hat und eben Google da entgegentreten möchte. Deutlich genauere Daten möchten die zusammenbekommen. So zumindest das Ziel. Natürlich durch die Nähe zu der ganzen Automobilindustrie könnte es zumindest denen sicherlich auch gelingen, relativ in Anführungsschlusszeichen schnell eine gute Datenbank oder eine gute Schnittmenge an Daten zusammen zu bekommen. Jetzt fehlt natürlich da noch die KI dahinter und ein bisschen sonstige Geschichten, damit das Ganze dann auch auf Googles Niveau kommt. Aber ich bin mal gespannt, wie stark das das Google tankieren wird. Wir gehen weiter mit Twitter und die haben weiter unschöne Neuigkeiten, denn nachdem das der Client für MacOS eingestellt wurde, Windows ja auch schon vor längerem, ist es jetzt soweit, dass die Xbox App, die Android TV App und die Roku App, die offizielle von Twitter, eingestellt wird. Dafür gibt es jetzt den Night Mode und Realtime Updates in der Timeline und solche Geschichten im Webbrowser, also in der Webversion, wenn man die dann nutzt. Amazon oder anders gesagt, China ist in den letzten Wochen, Monaten immer wieder mal ganz stark im Gefecht der Datenschützer, denn da ist ja schon länger bekannt, dass China Daten sammelt über seine Bürger, dass sie sich überwacht, dass da zigtausend oder Millionen bald schon Kameras rumstehen in den ganzen Städten und die Gesichter getrackt werden. Also eine Live-Gesichtserkennung über ganze Städte ist da möglich, man kann die Chinesen verfolgen, einzelne, seien es Verbrecher, seien es auch auffällige Leute etc. Doch China ist eben nicht ganz allein. In Amerika ist es still und heimlich. Amazon zum Beispiel, die auch solchen Dienst anbieten und da unter anderem zum Beispiel Orlando, ist eine smarte Stadt, mit Echtzeitdaten überfallen, überwachen. Kameras und Bilder werden dazu genutzt, um eben zum einen böse Menschen, in Anführungszeichen Verbrecher, aber auch ganz normale Menschen zu verfolgen. Und damit, oder mit der Technologie ist es möglich, auch in grossen Massen von Menschen, hunderte von Leuten gleichzeitig zu verfolgen, wo die hingehen, was sie tun etc. Zum Beispiel in Washington haben Sheriffs 300.000 Fotos von Festnahmen, sogenannte Maxshots, in die Amazon Cloud geladen. Und da werden jetzt in Echtzeit diese 300.000 Leute überwacht, was sie tun, wo sie sich aufhalten etc. Und dem nicht genug, die einzelnen Polizisten können ganz einfach mit dem Smartphone ein Foto machen und das gleich auch hochschiessen. Also wenn sie da irgendwelche verbrechtige Menschen haben, können sie das hochschiessen. Ja, ich bin ja sehr dafür, für die Technik und die Möglichkeiten, die uns die Cloud und alles mögliche bieten, solange es richtig genutzt wird und eben nicht in die falsche Richtung kommt. Und ja, Amazon ist da nicht alleine, da gibt es ja sicherlich noch diverse andere Hersteller, die eben auch solche Geschichten machen. Gestern noch angekündigt, es war die Acer oder die grosse Show von Acer mit neuen Produkten wie jedes Frühjahr und dabei vorgestellt wurden unter anderem ein Zwift 3 und Zwift 9. Und dieses Mal in ziemlich bunt, ein knalliges Rot, ein schönes Blau, Geschmackssache natürlich immer, ein Blau, ein, was ist das, Lachsfarben, noch irgendwas Rot und Grau und Golden etc. Alles mögliche. Doch nicht nur in den Farben wurde das Ganze überarbeitet. Es gibt es in der Version 3 und 5, jeweils in verschiedenen Displaygrössen zwischen 14 und 15 Zoll, in Full HD, aber auch optional in 4K Auflösung. Und besonders interessant, der Bildschirmrand soll ziemlich, ziemlich zurückgesetzt sein. Also das Verhältnis zwischen Fläche und Display ist deutlich geschrumpft. Schaut interessant aus, muss man sich anschauen. Und ja, wer ein neues Gerät kaufen möchte, neueste Intel-Generationen werden damit drin sein. Preise und Verfügbarkeit wird nächstens bekannt gegeben. Da neue Intel-CPUs drin sind, könnte es gegen Herbst werden, denke ich doch mal. Aber ja, weiter auch angekündigt wurde etwas im Bereich Gaming. Auch das habe ich gestern angekündigt. Zwei neue Geräte aus der Helios-Reihe. Das ist so das Top-Line-Up, was Eiser an Gaming-Geräten anbietet. Ein Helios 300 und 500. Das 500 ist das Top, also das oberste Modell, was deutlich ausgebaut wurde. Und der auch vom Look her noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, aggressiver gestaltet wurde. Mir gefallen ja diese Predator-Geräte. Die haben wirklich ein schönes und vor allem ein durchgängiges Design. Nicht nur beim Bereich, also im Desktop-Bereich, sondern auch bei den Laptops oder bei den Spielen, bei den mobilen Geräten. Und die sind natürlich vollgestopft mit neuster Technik. Unter anderem auch mit dem Core 1-9-Prozessor, NVIDIA GeForce GTX 1070-Grafikkarte, bis zu 64 GB RAM und 512 GB SSD im RAID-Verbund sind so Standardgeschichten, die da mit drin sind. Und natürlich auch ein bisschen Display. Nicht nur 15 Zoll, hier geht es sogar bis zu 17,3 Zoll mit dem 4K IPS-Display. Also alles in allem schönes, neues Technik für euren Gaming im mobilen Bereich. Und das gibt es eben auch in der Version Helios 300. Um das noch kurz abzuschliessen, da in einem schlichten Weiss mit den goldigen Akzenten, also ähnlich wie bei meinem Swift 7 mit dem goldigen Akzent, gefällt mir, muss man sich unbedingt ein bisschen genauer anschauen. Aber jetzt gehen wir noch ganz kurz ins Android-Lager und dann zu WhatsApp. Bei Android gibt es ja die Möglichkeit, das Device einfacher zu entsperren. Denn ja, wie ist es halt so, im Tag macht man das doch ein paar Mal, nicht nur so drei, vier Mal. Und da gibt es Erleichterungen, damit man nicht jedes Mal einen Code eingeben muss oder so drüberwischen muss. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wo man das verknüpfen kann mit einer Smartwatch etc. Oder eben auch von vielen oder in meinem Bekanntenkreis von vielen genutzt, dass man es in der Nähe eines bestimmten Ortes automatisch freischalten kann. Also wenn man sich zu Hause befindet oder im Büro und solche Geschichten. Und genauso, die Funktion wurde jetzt von Google ohne groß angekündigt rausgenommen. Ich hoffe, da handelt es sich um einen kleinen Fehler. Ja, und dass das Ganze via nächsten App-Update dann auch wieder mit reinkommt. Denn ja, je nachdem, wie man das Telefon nutzt, eine sehr praktische Geschichte. Gehen wir zuletzt noch auf WhatsApp. Da gibt es die Möglichkeiten, Kontakte zu blockieren. Die meisten von euch werden sicherlich WhatsApp so nützen, dass sie das komplette Adressbuch mit integriert haben. Und da man da ja auch andere Dinge machen kann, als nur kommunizieren, kann man auch Kontakte blockieren, wie bei jedem guten Messenger. Und jetzt ist herausgekommen, dass das eben nicht ganz so ist. Man kann zwar die Leute es blockieren. Aktuell gibt es da einen Fehler bei WhatsApp. Blockierte Leute haben keinen Zugriff, können euch nicht anrufen, euch nicht schreiben etc. Aber sie haben Zugriff auf euren Status und eure Profilbilder. Was nicht unbedingt praktisch ist, denn damit gibt man ja doch einfach wieder ein bisschen was preis von sich. Da ist zu hoffen, dass WhatsApp ziemlich schnell nachliefert. Und das waren auch die News, die ich heute für euch bereit hatte. Ich freue mich, euch morgen wieder dabei zu haben am Freitag. Mit weiteren Neuigkeiten. Euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Und eben, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.